Die intensive Feuchtigkeitsmaske und die leichte Feuchtigkeitsmaske. Diese belebenden 5-Minuten-Behandlungen wurden für besonders pflegebedürftiges Haar entwickelt. Die intensive Feuchtigkeitsmaske ist ideal für mittelstarkes bis dickes trockenes Haar. Die leichte Feuchtigkeitsmaske ist ideal für feines, trockenes Haar. Diese reichhaltigen, cremigen Formulierungen spenden hohe Feuchtigkeit und verbessern gleichzeitig die Haarstruktur und Frisierbarkeit. Großzügig auf das gewaschene, handtuchtrockene Haar auftragen und gleichmäßig mittels Durchkämmen verteilen. 5-7 Minuten einziehen lassen. Wie bei allen Moroccan Oil Masken wird keine Wärme benötigt. Wie gewohnt ausspülen und frisieren. Es ist kein Conditioner erforderlich. Die feuchtigkeitsspendenden Masken können je nach Bedarf ein bis zwei Mal pro Woche verwendet werden, um dem Haar ein gesundes Aussehen zu verleihen. Bei dickem, groben Haar mischen Sie die intensive Feuchtigkeitsmaske mit einem Teelöffel Moroccan Oil Behandlung, damit Ihr Haar noch mehr Glanz und Elastizität erhält.